Hallo und herzlich willkommen. Was ist eine Anekdote? Eine Anekdote ist eine humorvolle Geschichte, die fiktiv oder wahr sein kann. Wichtig dabei ist, dass sie den Charakter einer Person zeigt. Diese Person kannst du persönlich kennen oder es ist eine berühmte Persönlichkeit. Die Person kann in der Vergangenheit gelebt haben oder auch jetzt gerade. Wichtig ist, dass sie kurz und knapp ist und eben auf lustige Art den Charakter der Person verdeutlicht. Wo ist jetzt der Unterschied zum Witz? Vom Prinzip her hat der Witz genau die gleichen Merkmale wie eine Anekdote. Er ist auch kurz und knapp und eben lustig, humorvoll, witzig. Er kann fiktiv oder wahr sein. Der Unterschied zum Witz liegt jetzt darin, dass ein Witz keinen Bezug zu einer realen Person hat. Das heißt, der Unterschied liegt darin, dass eine Anekdote einen Charakter verdeutlicht und ein Witz nur lustig sein soll. Du findest noch weitere Informationen zu dem Thema bei uns im Text. Außerdem kannst du mit unseren Aufgaben dein Wissen überprüfen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Lernen.